Hallo und herzlich willkommen. Heute müssen wir den Todesstern angreifen. Also eigentlich hätten wir Naboo angreifen müssen, aber was habe ich rausgeschnitten, weil das der schwierigste Teil von allen ist. Und wir wollten mich nicht fail sehen, die 20.000 Versuche. Also, gehen wir einfach mal auf Todesstern. Bum, bum, bum. Journal der 501. War der Todesstern das Lieblingsspielzeug? Ja, Journal der 501. Habe ich aussehen irgendwas gedrückt, irgendwas falsch ist? Achtung, Hangar 84G. Es hat sich ein Gefängnisaufstand ereignet. Ein Kontingent der 500 Erden kommt von einer Außeninspektion hierher. Ja, wie soll ich da jetzt rauskommen? Ah, ja. Die Rebellenstreitkräfte sammeln sich am Hangar 84G. Okay. Jetzt muss ich zeigen, wie strange ich bin. Ich mach mal so, ich mach's mal so auf Frambo-Art. Jetzt auf Real-Life-Art. Ich hol mir so ein Teil. Ah, danke. Okay. Oh, danke. So. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit nichts geredet, tut mir leid. Ja, äh. Ich bin gerade am Snipern. Irgendwie habe ich den D-B2LP-Style herausgehoben. Was auch immer D-B2LP-Style äh, herausgehoben. Heiß. Das war jetzt D-B2LP-Style. Und das wieder. D-B2LP-Style. Äh, äh. Wir nehmen wir dieses Teil und steigen wir ein. D-B2LP-Style. Oh, Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid, war ich nicht. Das war der Onkel Karl. Karl-Urf. zusammen mit seinem Bruder der das Video und das der Brief des Todes gedreht hat das ist alles 100 Prozent wahrheitsgemäß das übrigens im wir laufen Mann und es gibt viele berühmte für Tug die Manuel heißen auf jeden Fall mehr als Olafs oder Hans ach komm schon ich hoffe nach der Mission ist das Spiel vorbei nicht gut okay so machen wir das heißt es, dass ich das Teil habe wir schaffen das ja das können nur die coolen Nuggets und jetzt irgendwie schmeiße ich heute den ganzen Tag Anspielungen an irgendwelche Leute die mich kennen oder auch nicht oder ich sie kenne gut gemacht die Pläne sind sichergestellt die Gefangenen haben den Waffenkontrollraum erobert die dürfen die Hauptkanone nicht beschädigen ähm ähm oder wo ach ich geh einfach mal da entlang was soll es mit 30 FPS im Standard FPS Bereich da ist die kleine Schlafzelle für den Kronk oh mein Gott oh mein Gott oh oh da hatte ich jetzt echt Angst dass ich da irgendwie in das Verderben wolle und ähm wie soll ich jetzt darüber kommen Video-Streck-Zeit ha 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 und auch längere Upload-Zeit das Spiel hat übrigens Tom auch da gibt es eine Geschichte die ich euch aber nicht erzähle ok ich erzähle sie euch ich und Tom waren beim Schwimmen und äh ich hatte Star Wars ich glaube es war es ich weiß es aber nicht ich hatte Star Wars Battlefront 1 glaube ich nein die Geschichte ist völliger Kack ach wie soll ich da drüber kommen super genau da drüber ach danke Leute danke für die Hilfe oh yeah das soll eine Plattform sein wie da da machen ach ach oh mein Gott das werde ich nie lernen das werde ich nie lernen mhm 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 die müssen wir es nur noch schaffen oh mein Gott da rüber zu kommen drüber Oh, das ist so... Ich glaube, das müssen wir in zwei Parts schneiden. Da ich natürlich so dumm war und den Ausgang oder Eingang nicht gefunden habe. Und, ja... Also sage ich jetzt nichts. Wartet schnell, bis ich drüben bin. So, jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das jetzt auch raus. Eine ewige Suche. Oder schneide ich raus. Es ist halt mal ein Spiel und... Es ist halt mal ein scheiß Idiot, der das zockt. Also. Der Waffenkontrollraum ist unser. Die Rebellen haben den Hangar 85G infiltriert und bereiten die Flucht mit einer Fähre vor. Erreichen Sie den Hangar und schalten Sie diese Fähre aus, bevor sie abheben kann. Natürlich muss ich wieder mal den Sicherern weggehen. Das sind so viele kleine Schleichwege. Da würde ich für alles, alle retten. Das war übrigens ein Idiot. Können die mir auch schon mal... Was soll ich jetzt machen? Zerstören, oder? Ich habe jetzt zufällig ein Kommando posten. Danke. Danke, Mann. Ich bin dir was schuldig. Ich mache jetzt wieder mal... Oder... Muss ich da einen Schnitt machen? Ich denke mal nicht. Bug. Ich renne hier mit so einem Bugteil rum. Was ist denn? Also die... Ach, ist Noah noch? Amisander. Jetzt habe ich jetzt gesagt, was ich Noah gesagt habe. ja das weiß ich das liegt daran dass ich so ein übeler noob bin ja viel spaß und noch mal fünf minuten extra ja wie das mich freut es wird so und nein bist du nicht du kannst du auch wenigstens herkommen ach komm schon ich werde doch jetzt wohl nicht ablosen falsche seite der nächste der stirbt ist schuld was geht so leute weh mentor Ja Yeah Okay, ciao, Leute.